Unglaublich, ey. Ja, aber das gerade eben war zu geil, ey. Ich join in Crazy halt. Kroatia, weil ich halt dachte, irgendwann der gruppiert euch wieder. Okay, dann bin ich da gelandet, dann warst du halt, hast ja gerade neu gestartet, also join ich dir. Ah, ich erscheine bei dir, um gerade zu sehen, wie du weg gehst. Ich join dir hinterher und ich lande genau da, wo ich gerade eben bei Crazy war. Fuck. Ja, geil, halt. Ja, eigentlich könnte ich sogar, ich bin jetzt an The Crazy 5, die tut ja automatisch immer eine Stunde zurück, kannst du einfach ein Video speichern. Das müsste ich aufnehmen. Ja, aber ich speichere mal kurz, das war so idiotisch, ey. Ja, die Jungs, die kriegen sich auf die Reihe, oder? Ja, guck mal, da ist jemand total besoffen. Oh, da will jemand slapping, slapping. Ja, der mucho nice slapping game we want. Juhu, ja. Boom. Oh, fuck. Uhu, I want to get away. Fuck. Hahaha. Und noch, ugly ran. Hä? Ach, Alter, ich scheiß drauf. Ich tanze jetzt so ein bisschen, dann hocke ich mich noch ein bisschen an PC. Das ist ja, Alter. Boah, 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 boah. Ich hab jetzt die ganze Woche mit vollen Noobs gespielt, ich kann nicht mehr. Ich brauch jetzt mal ne ordentliche Ballerei, ey. Hahaha. Das macht mich fertig. Hahaha. Ich klavier, klavier. Oh, ja. Ja. Aber alle anderen haben jetzt einen bekommen, nur er nicht. Komisch. Ja, aber okay, ey. Da weiß ich nie ob, äh, hier Bug, ja. Kein Plan, ja. Ja, mein, jetzt hänge ich schön dicht am Klavier so. Dann trinke ich jetzt noch schön meinen Whisky Cola und dann, dann wünsche ich mal an PC. Ey, heute hab ich Call to Uglis gestartet. Also eigentlich war ich so unterwegs mit dem Hackmod, weißt du, auf dem PC, ne. Also das ist halt voll das Oberkrasso-Tool, gell. Ich kann dir jeden Scheiß. Ich kann da eine Sitzung gehen, unsichtbar, Spectate drücken, dann kleb ich an dir dran und so. Also halt, ne. Ja, also übel, übel. Ja, und auf jeden Fall, ich mach aber so shit nicht, ähm. Außer wenn ich einen Cheater treffe, dann fick ich ihn, aber egal. Und dann, und dann kann ich jetzt auch einen Call to Arms im Prinzip starten und kann, ich kann alles an, an, an Vehikel, ähm, auch spawnen. Also hab ich uns in der ersten Runde mit drei Noobs, hab ich uns den Warwagon, weißt du, da diesen Machine Gun Wagon gespawnt. Hehehehe. Ja, sehr geil, ey. Hehehehe. Von ihr? Ja, ja. So was spanisches Torero-Frau, gell. Pfff. Oh ja. Slap. Oh. Ja, der Hut, der gefällt mir auch. Ja, we like your hate, hate x don bla, but something with hate, we like your hat. I want to steal it, I want to shoot it from your hat, your hat. Hehehehe. 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 Ja, dann soll doch einfach mal einer von deinen Leuten in Schwarzbrenner reingehen und, oh, hehehehe. Hehehehe. Und in die Umkleide. Hehehehe. 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 Ich glaube es ist auch irgendwie ein Unterschied, ob du Kreis nur tapst oder ob du Kreis gedrückt hälst, gell. Irgendwie ich glaub dann kommt der harte Schlag, irgendwie. So hab ich das Gefühl als. Hehehehe. 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 kacknoobs sagt mein gruß das ist es ist so lieb lieb ja ja natürlich natürlich wir lieben unsere kacknoobs wobei der racking herr fast fast ich gehe jetzt so ein bisschen an pc glaube ich ebenfalls bei mit